Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Jetzt schalte mal nicht weg, weil es gibt heute kein Let's Play oder kein Gameplay von Call of Duty, sondern ein Emblem-Video. Und jetzt schaut euch bitte dieses Emblem an. Was seht ihr da? Ihr seht auf jeden Fall einen Namen. BigDaddy99XT und mit seinem Emblem hat er wirklich... Das sieht ja absolut geil aus. Ich weiß zwar nicht, was das ist. Er hat gerötete Augen. Bedeutet natürlich nur eins. Er hat Dope geraucht. Marihuana, krass. Und das nicht zu wenig. Das sieht man auf jeden Fall an. Der ist high, der ist gechillt und ich glaube, ja, der ist nicht ansprechbar. Hey Mario, was geht? Hallo, ich bin's Mario. Ich kann nicht träden. Lass mich in Ruhe. Okay, lass dich in Ruhe. So, wen haben wir denn da? Ich bin der Tod und ich hole dich jetzt. Oh, der Tod. Dann schalten wir gleich mal weg. Wen haben wir da? Hallo, ich bin's Pedobear. Ich mag eigentlich nur kleine Jungs und Mädchen. Bist du ein Junge und bist du noch ein Kind? What the fuck? Was? Du bist doch der junge Zocker. Du bist jung. Ich liebe dich. Scheiße. Ah, ich glaube, der will mich vergewaltigen oder so. Und... Yeah, das ist Bob Marley. What the fuck? Wie geht das? Mein Gott. Sehr geiles gemacht. Ich glaube, das weiße ist Grasduft oder so. Shiggy kennen wir schon. Ah, ja, was ist denn das? Boah, hammergeil, hammergeil, Leute. Guckt euch das mal an. Da ist ein Sniper-Schütze mit einem Schaf. Guckt euch da mal diese süße kleine Schäfchen an auf der Wiese. Ah, das ist doch herrlich hier. Der Schäfer und das Schaf mitten in der Sonne. Sehr schön gemacht. Und da ist irgendein Rapper, glaube ich, kenne ich mich jetzt nicht aus, Spider-Man. Der ist ein bisschen dick geworden, hat ein bisschen zu viel Pizza gegessen. Sollte natürlich dann mal ein bisschen auf die Ernährung achten. So, S-W-S-O. Swiss-Gritze miteinander. Schweiz ist ein cooles Land. Ja, ich war auch schon in der Schweiz. Basel ist bei mir nur 15 Kilometer entfernt. Und Basel ist schon schön. Spiele ankert, alles cool, Leute sind cool hier. Ja, Schweiz ist einfach geiles Feeling. Aber ein bisschen teuer, muss ich sagen. Sorry. Ist teuer. Somit sage ich. Ciao. Also Mario sagt Ciao, Leute. Haut rein. Und bitte nicht vergessen, adet der junge Zocker J. Da ist noch Platz. Auf YouTube Grams kommt kein Platz mehr. Ciao. Ihr geilen Kiffer. Leute. Ciao. 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 Ciao.